...zu zeigen, was in mir steckt und ich denke mir einfach mal, ich bin kein Pavarotti, das wissen alle, ich bin auch keine Barbara Streifand oder sonst irgendetwas, sondern ich bin ein Künstler, der auf seine Art Musik macht. Und ich glaube irgendwann, und ich bin mir sicher, und ich glaube, dass irgendwann die Leute hier in Deutschland kapieren werden, ich glaube, dass es einfach, dass es irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo die Leute einfach sagen, wissen die was, mir ist doch jetzt schon langsam egal, was der macht, der ist immer noch da, ich kriege ihn sowieso nicht los. Ich denke... Und die Begleiter kommt, die nächste Frage bitte.